Die M7-Priest hat sich gerade verabschiedet und wir sehen hier wunderbar, dass das Team überrollt wird. Der LGG-ER hat es eingeschickt. Er will sich selbst vernichten. Ja, boah, das geht down. Krass, wie geht denn das? Super auf den Ketten gelandet und ja, nur 10 Lebenspunkte abgezogen. Jeder andere Panzer war da schon verreckt. Ja, ja, ich will ja nichts sagen über Nationen. Nein, wirklich nicht. So, und hier kommt einer, der den Kill widdert. Nee, wir tauchen lieber noch nicht. Boah, ist das schlecht, ist das schlecht. Okay, ja, sehr schön überlebt, würde ich sagen, hier unten. Also die Ecke kann man sich fast merken. So, und hier wollte ich eigentlich schon ausschalten. Da habe ich mir das Video noch weiter angeschaut. Aber ich dachte mir, vielleicht ersäuft er hier noch. Na, fährt rückwärts. Er scheint sich hier da unten noch irgendwie retten zu können. Tja, der andere sagt das auch schon. Gut geparkt. Oh, was kommt denn hier? Oh, ist das schlecht. Nicht wirklich getroffen und geht doch selber drauf. Ah, den Schätz freut es natürlich. Oh man, oh nein. Kommt hier noch einer? Ja, der ist laut, er will den Lebenspunkt nicht verlieren, wie es scheint. Ja, das war ein 0%-Fick. Und? Oh, was ist das? Oh, das ist ja fast schon mit Absicht, oder? Ja. Oh man, ja, die kommen alle da runter, was soll das? Oh nein. Oh, ihr seid Pappenheimer. Oh gut, ja, danke für diesen Fail. Bye, bye. Oh, wie soll ich das?